Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit dem Leafmen zusammen. Hallo, siebte Folge, erste oder eine Aufnahme. Ja genau, oder sechste Aufnahme, ach wie auch immer. Genau, ich muss jetzt unbedingt was essen, ich verhungere und verdurste bzw. müssen wir schlafen. Komm schnell. Genau, wir schlafen, die Frage ist ob wir schlafen können, ich habe hier schon wieder irgendwas gehört. Ach komm, mach nicht sowas. Aber er fällt Bäume, finde ich schon mal schön. Gut, so einmal speichern und jetzt raus. Na, ich gucke erstmal oben, ob da irgendwas rumläuft. Ist mir egal, ich habe Hunger. Ne, Calvin, der ist fleißig. Sieht gut aus. Nimm dir den Fisch, lass es dir schmecken, Vanillein. Was wir uns vielleicht angewöhnen sollten, wenn wir geschlafen haben, auch gleich erstmal die Federn aufzusammeln etc. Und nach den Fischfallen zu gucken. Ja. Nachdem wir gegessen haben. Erstmal müssen wir uns um unser eigenes Wohl denken hier. Ach, okay, ich gehe gucken nach den Fischen. Ja. Ach so, ich habe ja noch rohes Fleisch im Inventar, Mensch. Kann ich doch erstmal anhängen. Ja. So, Federn sind auch so weit da. Sieht gut aus. Sehr gut, dann haben wir das durch. So. Ja, Leute, in dieser Aufnahme wird das Dach gebaut. Oh ja, oh ja. Ey, ist voll cool. Wir haben immer schön Fische hier drin. Ich finde das geil. Da braucht man Calvin gar nicht mehr zum Fischen schicken. Das ist wohl wahr. Das würden wir uns sparen. Calvin könnte auch ab und zu mal die Pfeile aufsammeln, die wir verschossen haben. Ja, das stimmt. Aber aktuell sind halt auf jeden Fall Stämme natürlich gefragt. Ja, natürlich. Ich gehe mal wieder auf die andere Seite. Ich hole die mit der Seilbahn wieder. Ja, ja, mach das, mach das. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache am besten. Warte mal. Dann machen wir jetzt auf jeden Fall das Dach. Genau, die Balkone und Terrasse und so weiter können wir auch noch später machen. Das ist mir jetzt erstmal ja nicht so wichtig. Okay. Aber zumindest nicht die Prio. Dann nehmen wir den, dann kommt der weg. Was sammle ich immer ein? Schaf? Garde? Was? Okay, ich habe keine Ahnung. Die weißen Blüten, weißt du? Keine Ahnung, wie die heißen. Schafgarde? Klar. Ja. Ja. Ach, ich, ich, ich suche ja immer mal, ne? Huch. Pflänzchen, die zum Heilen geeignet sind. Mich auch voll. Hier sind Pilze. Ach ja, die Giftpilze, genau. Fliegenpilze oder so heißen die doch, ne? Ich kann gar kein Spitzdach bauen. Aber zumindest ein ähnliches. Warum nicht? Ja, das ist schwer zu beschreiben. Dazu müsste quasi ein Balken in die Mitte. Ach so. Theoretisch hätten wir vier breit bauen müssen. Naja, nicht schwer. Naja, wie ich, wie ich vermutet habe. Aber ist ja egal. Was war das? Ach so, da habe ich auch. Ich glaube, hier laufen auch wieder Viecher rum. Viecher? Viecher. So, bei mir ist aktuell, glaube ich, gerade ruhig hier. Ne, die Bäume regenerieren sich nicht, wenn du angefangen hast zu schlagen. Die bleiben so. Ja? Ja. Weil ich hatte hier einen Baum angefangen zu fällen und der ist immer noch angefangen. Ähm, ja. Okay, jetzt war irgendwie der Ton nicht synchron. Ich glaube, hier läuft doch wieder einer. Hier läuft wieder einer, ja. Naja, du bist doch jetzt guter, guter Treffer, ähm, guter, äh, Schütze. Äh, ja. Äh, ja. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier umsetze gerade. Ich glaube, wir müssten, ähm, gute Frage. Es kann sein, Moment, warte mal, die nehme ich mal weg. Mhm. Den baue ich mal da hin, das passt. Und jetzt gucke ich mal, äh, ob hier irgendwie wieder ein Kandidat rumläuft. Ja. Denn irgendwie klingt es mir zumindest danach. Ich finde es echt merkwürdig. Ähm, die Dingens hier, die, äh, den Pfeil und Bogen nimmt er automatisch wieder in die Hand, sobald du die Stämme loslässt. Aber mit der Axt kriegt er es nicht gebacken. Mhm. Das war die falsche Richtung, Fanny. Habt ihr doch voll in den Kopf geschossen. Das Tod, okay. Nee, doch nicht. Den Pfeil nimmt er doch nicht mehr in die Hand. Hä? Komisch. So, oh. Ach, blöd, jetzt habe ich uns wieder ausgesperrt. Oh. Virginia, hi, meine Gute. Die mag mich, die ist immer da, wo ich bin. Hm. Ähm. Ach ja, du bist da auf der einen Seite, stimmt ja. Ja. Hm. Warte mal, der kommt, der muss weg. Hä? Das war doch nicht schon wieder alle Stämme, oder? Ach hier. Ach hier. Und da füttern. Hab ich eigentlich Kleidung irgendwie schon eingesammelt? Na, hier war doch gerade das Symbol. Ne, ich hab nur ne taktische Jacke. Hä? Hallo, Reh. Hm. Das ist ja kurios. Ähm. Zack. Hm. Jetzt finde ich schwierig, die Stämme nicht. Ha. Virginia, magst du, dass ich dir wieder folge? Ja. Ich gehe eh nochmal nach, ja? Ja. Ja, das ist ja blöd jetzt. Okay. Warte mal, dann mache ich das mal so. Ähm. Gut, das mit der Terrasse muss ich mir auf jeden Fall später nochmal angucken. Ich werde jetzt hier mal den Baumstamm hinsetzen. Dann müsste ich ja theoretisch hier schon raufkommen. Virginia, was ist denn? Ich, ich sehe schon wieder nix. Mädel. Was? Au! Calvin, machst du auch weiter? Äh, tschüss. Ähm. Ach so, jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Ich hätte vielleicht mal die Tür öffnen sollen. Ja. Hättest du aber schon. Warte mal, ich mache das mal gerade. Oh, mein Z ist kaputt. Warum ist mein Z kaputt? Gut, ich glaube, ich mache mal hier weiter. Pass mal auf. Ne, das war falsch. Meine Freunde kommen wieder. Hä? Ja, Virginia. Kann ich den jetzt noch wegnehmen? Ja. So. Das hat er gemacht. Dann kommt der jetzt hier hin. Okay. Ja, und nun? Ja. Ich folge dir doch. Aber wo willst du denn hin, Virginia? So. Gut, das sieht doch soweit schön aus. Oh, da hinten wird ganz schön gebrüllt. Ja, Virginia, ich will die ja folgen, aber du läufst doch nicht weiter. Was ist denn los? Ähm. Das kommt da hin, das kommt da hin. Ja. Ja, da. Ich habe es gesehen. Kannibale Virginia. Ne, dann lassen wir alles Virginia. Komm. Alles gut. Hat sie keine Lust heute? Ne, weil irgendwie sie will immer mir was zeigen und dann kommt ein Kannibale und hört so auf zu rennen, weißt du? Ach so, ja. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Das ist vielleicht ein wenig blöd. Alles hatte mein Set hier wieder aufbauen. Komme ich da zufälligerweise? Ja, geil. Dachte eher. Komm, er hat doch... Hä? So. Cool. Okay. Ah, da sind sie wieder. Kleine Racker. Sind die am Haus? Ne, die sind bei mir hier. Ach so. Ja, ich weiß... Ach, da hinten bist du gerade. Okay. Da hinten bist du. Headshot. Headshot. Wow. Ja, cool. Cool, cool, cool. Langsam nimmt das doch Form an. Ja. Ich kann nur zwei tragen, mein Freund. So, ich kann gerade nicht weiter fällen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob hier Joachim... Da ist doch einer. Ja. Joachim gerade irgendwie fällt. Ich höre leider aber auch nichts. Oder ob er mal wieder auf der faulen Haut liegt, wa? Ja, ich hab's gesehen, Virginia. Danke dir, Maus. Danke. Oh, ist hier was los. Krieg der Welten. Ich der Welten, ja. Well of war. Ähm... Oh, der hat Virginia niedergemetzelt. Da, 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 da. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Kumpel, es werden langsam weniger Stämme. Der war nichts. Virginia, ich würde dir gerne helfen, aber... So. So. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier mache. Ähm... Blöd ist, blöd ist. Da komme ich nicht hoch. Wie komme ich da am besten hoch? Ja, fühlst du dich unbeobachtet, Virginia? Oh, die kommen jetzt von da. Okay. Wie komme ich da... Moment. Komme ich... Ja. Ja, sehr gut. Das passt doch. Sauber. Sauber, Virginia. Ganz sauber gemacht. Ah ja. Calvin holt auf jeden Fall noch Stämme. Sehr schön. Sympathisch, das kleines Kerlchen. Da ist auch noch einer. Bist du der mit den Pfeilen im Kopf? Noch nicht. Ja, nicht du, sondern der Kannibale hier. Hm. Da rennt jetzt weg. Uh. Ne. Eil mal hier rüber. Ich glaube, es könnte gleich regnen. Das hat sich zugezogen. Ja. Virginia wäscht sich gerade. Okay. So. Ja, das sieht schon ganz gut aus vom Weiten. Ja. Hm. Du machst gerade diese Dachstühle, ne? Die heißen. Ja. Ja, ich würde da gerne jetzt noch mal ein paar Bäume fällen, aber... Hier ist ein Stamm noch. Ist nicht so einfach. Ja, das kenne ich. So, ich schicke die gerade wieder ein. Kann ich die wegnehmen? Ei, geil. Cool, das geht sogar. Problem ist, dass das vielleicht nach nichts aussieht. Ich weiß es noch nicht. Wobei... Gut, ich werde erstmal das Dach machen. Hier kommt ja dann eh die Wand hin. Das passt. Na gut, ich mach das jetzt schon. So. Ähm... Oder? Nee, warte mal. Huch. Okay. Äh... Pass mal auf. Das machst du mal hier rein. Dann nimmst du den. Mein Magen hat geknurrt. Echt? Hm. Habe ich hier nicht gerade irgendwie wieder Mutante oder sowas gehört? Ich hab keine Ahnung. Ich... Ehrlich. Was war das denn? Hä? Woher kam der denn? Also irgendwie ist aber hier dieses Hell- und Dunkel-Verhältnis ganz merkwürdig. Was meinst du? Na mal ist das Bild hell, mal wird es wieder dunkler. Ist ganz komisch. Da sind die Wolken. Hm. Da sind die Wolken. Mein Zelt ist schon wieder kaputt. Ich hab's doch gerade erst wieder aufgebaut. Ja. 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 Wo sind denn jetzt meine ganzen Stämme hin? Ach ja. So, da müsste der abgehen. Müsste der nicht abgehen? Okay. Boah, ich höre hier auch immer die Tiere laufen. Ich denke mal, das sind... Was hat denn der jetzt eigentlich? Wow, Virginia. Hast du mich jetzt erschrocken. Ähm. Wenn die manchmal so rennt, dann kriegt man ja Angst, ey. Okay. Wie? So. Ja, ich hab schon wieder Ure-Einwohner gehört. Okay. So, das sieht... Das sieht gut aus. Na, wo seid ihr denn, ihr kleinen Scheißerchen? Ah, Stämme? Kann ich den gerade mal nehmen, hier? Stämme, wo seid ihr? Da, 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 da. Ah, da laufen sie schon, ihr seht. Virginia hat gerade geschossen. Ähm. Oh. Ja, ich denke mal, die werden auch bei dir sein, oder? Ja, ja. Ich hab ja hier auch ordentlich zu tun mit den... Ja. Mit den Leuten. So, dann hab ich das. Den will er nicht, aber den dafür. Ach so, du bist es, Virginia. Jetzt wollte ich dich schon erschießen. Oh, Mann. Warum hat er hier... Hey? Ach so, ja gut. Macht Sinn. Oh, ja. Wir kriegen wieder gut Besuch, glaube ich. Mhm. Ja, ich weiß, Virginia. Danke dir. Mach ich gut, ne? Meine Aufgabe hier. Ähm. Wenn du nicht klarkommst, sag Bescheid, ne? Ja, ich glaube, ich könnte auch schon Hilfe gebrauchen, weil die jetzt hier stehen. Okay, dann komme ich rüber. Dann können wir das mal eben zusammen machen. Ja. Komm, Virginia. Los. Alle drei zusammen. Dann wurde der Ding jetzt hingepackt auf hier. Na? Komm, mein Freund, komm, mein Freund. Ach so, war nur ein halber, oder was? So, Quatsch. Ach so. Ach, ja, so. Auf der Terrassenseite sind die, glaube ich. Okay. Ist ja die beliebteste Seite hier vom Haus, offensichtlich. Ja, weil sie von da kommen, ne? Mhm. Virginia, andere Seite, bitte. Ja, danke. So, den habe ich auch noch nicht genoppt. So, Virginia rennt offensichtlich irgendwo hinterher, oder so. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Der sieht doch gut aus. So, noch mehr? Ich sehe jetzt gerade keinen. Ihr seht, ich habe gerade jetzt aber auch keine mehr gesehen. Also, ich habe jetzt nur diesen einen gefunden. Oh, das ist Virginia. Ne, ist Virginia. Nuki ist gerade weggerannt. Ähm. Ey, geil, das mit dem Dach nimmt Form an. Ich fasse es ja nicht. Ist die Tür offen? Ja, die eine, ähm. Ja, okay, ich komme mal. Ich möchte mir das angucken. Die Standardtür. Oh, ja. Cool. Ja. Ähm, so. Ja, fehlen noch ein paar Baumstämme, aber sonst. Ach, ja. Würde ich doch mal meinen. Ja, sieht gar nicht mal so viel aus, denn, ähm, dann kommen ja letzten Endes nur noch die Dachplatten rauf. Und, ähm, da wird ja dafür jeder Baumstamm quasi in zwei geteilt. Also brauchen wir quasi nur, also wir brauchen eigentlich gar nicht so viele. Hm. Na gut, ich switch mal wieder rüber. Ja, genau. So, jetzt kommt das Letzte hier. Das Letzte Dingens. Ja. So, das muss ich von oben machen. Ich wollte gerade sagen, wer ist das denn? Wer ist was? Na, hier ist eine Frau. Da ist eine Frau? Ja. Achso, äh, oder ein Wohnar, oder was? Ja. Ja, dann sprech dich aus. Äh. Du kleiner Sack, ey. So, ich mach den erstmal hier hin. Wieder eine Rüstung verloren. Scheiße. Oh, das bietet sich ja hier an mit der Dings. Cool. Ähm. Bin immer ein bisschen zu schnell hier oben. So. Das haben wir. Dann kommt... ...der noch da hin. Virginia, hinter dir. Ja, toll. Jetzt ist sie nieder... ...gestreckt worden. Ina gestreckt? Oh, das ist so ein richtiger... Der hat selber eine Mutantenrüstung an. Glauben, hier läuft auch wieder irgendeiner rum, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Virginia, komm, ich helfe dir. Oh, der Rote ist sogar hier. Scheiße. Ja, meine hat nur Mutantenrüstung an. Virginia, schieß. Nein, nicht zeigen, schießen. Ach, Virginia, ehrlich. Oh, hier laufen ganz schön viele lang. Ja, bei mir auch. Ah, ich hab ihnen die Rüstung abgehauen. Ey, lass Virginia in Ruhe. Zwei Rote sind hier. Zwei Rote und ganz viele Kannibalen. Ja, ich hab hier leider auch zu tun. Sorry. Kannst du mal stillhalten, du Vogel? Ist nur blöd, wenn man keine Pfeile mehr hat, ey. So. Na, komm her. Alter, doch einfach mal in den Kopf, bitte. Einfach in den Kopf. Oh, wo seid ihr da? Ah, toll. Jetzt ritt damit meinen ganzen Pfeilen weg. Ne, da kommt mein... Ey, du, äh, bei mir ist das genau der gleiche... Oh, scheiße. Ich hab keine Pfeile mehr. Fuck. Jetzt. Ach, Virginia, warum hast du da nicht geschossen? Was ist da los mit dir? Ja, frage ich mich stellenweise auch, warum die das nicht macht. Alter. Hier ist eine ganze Armee gerade. Oh, Flickflack kommt. Okay. Und ich hab, äh, ehrlich gesagt nicht wirklich mehr Pfeile. Hier ist noch einer an der Terrasse unten. Flickflack geht aber auch wieder weg gerade. Hä, ich hab... Ach, Kelvin, ey, was machen wir bloß, wa? Wer ist das hier? Schon wieder Mutant. Okay, ich... So ein Einheimischer, meine ich. Ja, warte, ich komme. Ich hab jetzt auch keine Pfeile mehr. Die haben jetzt alle meine Pfeile geschluckt. Ja, und meine ganzen Pfeile liegen gerade unten irgendwie auf dem Boden und kann nicht runter, weil Flickflack unten Mutant, äh, so ein Ure-Einwohner hier noch rumläuft. Warte mal. Warte mal. Danke. Okay, jetzt nämlich meine Druckerpfeile. Ich weiß gar nicht, wie viele ich noch hab. Ich glaube, viele sind es nicht mehr. Also Steinpfeile sind bei mir auf jeden Fall jetzt leer. Aber ich seh jetzt... Deine Pfeile sind bei mir auch gleich leer. Ich hab nur noch acht Pfeile, ja. Ich seh aber nichts. Ach doch, hier. Aber Flickflack seh ich nicht. Er ist quasi hinter dir im Wald eigentlich gewesen, eben. So, er rennt weg. Dann kann ich jetzt mal ganz kurz runter meine Pfeile mal wieder aufsammeln. Achso, jetzt hab ich aber unten, glaube ich, wieder zugemacht. So, mal ein paar Pfeile aufsammeln. Ich glaube... Hm. Ja, Flickflack ist jetzt offensichtlich gerade weg. Ich schau jetzt mal, ob ich hier wieder zugeschlossen hab, blöder Wald. Ne, die Tür ist auf, Gott sei Dank. Dann können wir nämlich jetzt die Ur-Einwohner wieder mitnehmen. Hm. Ja, die roten gehen, glaube ich, nicht, oder? Ja, ja, ne. Die wieder nicht. Hast du den anderen schon mitgenommen? Ne. Der wo liegen? Ja, der ist weg, war? Ja, der ist ja weggespawnt wieder. Ja, das ist ja nicht schlimm. So, warte mal. Ich muss wieder rein. Ne, ich muss mal gucken, ob ich mir Pfeile machen kann. Ja. Ähm. Klebeband. Ach Quatsch, Steine. Mann, ich will immer Klebeband nehmen. Ich weiß auch noch nicht. Ich weiß nicht, ich war im ersten Teil des gewesen mit Dingens, mit Klebeband. Oh, ey. Weißt du, wann ich das letzte Mal Forest 1 gespielt hab? Ja, das ist bei mir auch schon ein Jahrzehnt her, aber... Ähm... Gut, der muss tatsächlich nochmal hoch. Hier muss ich runter. Ah gut, dann hat man in jeder Aufnahme auf jeden Fall ein bisschen Action drin, ne? Ich hoffe, dass, äh, Calvin jetzt hier nochmal ein bisschen was macht. Aber ist eigentlich auch nicht mehr relevant. Äh, schade, das Dach hab ich nicht fertig bekommen, aber den Dachstuhl. So. 16 Pfeile hab ich jetzt. Warte mal. Kann ich nochmal 2, äh, 4 machen? Hm. Ne, ich bin voll. Okay. Alles klar. Muss ich mal gerade gucken. Gut. Habe jetzt wieder 16 Pfeile. Ach, ist das schön. Ähm. Da hinten hab ich 2, hier hab ich 2. Ähm, die Tüner ist aber wieder zugeschlossen, ne? Dann mach ich hier, glaub ich, auch 2. Bitte. Na, musst du gucken. Ja, ja. Nee, hast du zugeschlossen. 2, 2. Wow. Der Liefen ist ganz schön beschäftigt und abgenervt. Ich bin einfach nur konzentriert. 2, 2. Mach ich hier 2 draus oder hier 2? Das ist die Frage. Ich glaub, hier mach ich 2 draus, dann kann der weg. Komm ich da hin? Ja. Dann kommt das dorthin, ähm, den brauch ich noch. Den brauch ich auch noch. Ich komm doch nochmal zurück. Ich hab was vergessen, ich wollte noch was essen. Naja. Boah, ich hab nur noch die Hälfte der Rüstung an, ey. Echt? Mhm. Man, der sieht so weit ganz gut aus, gerade noch. Ja, ja, so ist das. Ähm. Wenn Fanny ganz allein sich mit den... ...liebenden Nachbarn beschäftigen muss. Ja, musste ich eben auch. So. Hier könnte man noch schrägen reinmachen zur Not. Oh. Okay. Na gut, das bleibt, glaub ich, aber auch nicht aus. So. Gut. Ähm. Ich geh nochmal kurz gucken, ob da jetzt nur Holz liegt. Dann würd ich das einfach noch verbauen. Ja, einmal. Und dann ist auch die Folge wieder vorbei, ja? Ja, eben deshalb. Aber warte mal, ich schließ die Tür ab. So. So. Was hat denn der hier für ein Problem? Warum kann ich denn hier jetzt keinen Stamm runterziehen? Äh? Wie geht's? Komisch. Gut, Leute, ja. Ähm. Dachstuhl bald fertig. Sieht toll aus. Ja. Ich denke, in der nächsten Aufnahme oder so könnte man den Dachstuhl nur noch fertig kriegen. Dann kommen die Platten eigentlich nur noch rauf und dann ist auch schon das Dach fertig. Ähm. Dann die Solarpanel irgendwann. Jaja, doch, doch. Das Problem ist, ich kriege halt diese Balken hier nicht weg aktuell. Ja, das nervt mich hier ein bisschen gerade am meisten. Ah, okay. Glaube ich zumindest. Warte mal. Nee, will er nicht machen. Könnte. Nee, auch nicht. Nee. Ist aber auch nicht weiter dramatisch. Ähm. Warte mal, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Hatte ich hier zwei gewollt? Kümmer ich mich nächstes Mal drum. Jut, Leute. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ähm. Und bis zu einer nächsten Aufnahme von Sons of the Forest mit der Phantasiens und mir. Macht es gut, meine Lieben. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.